Tane Schafatschig, 31, ist überglücklich und kann einfach nicht aufhören zu schwärmen. Zu Beginn des Jahres haben die Comedienne und Juliette Schopmann, 43, ihre Liebe offiziell gemacht, und das auf eine unkonventionelle Art und Weise. Sie haben ihre Beziehung einfach mit Hochzeitsfotos bestätigt. Seitdem schweben die beiden Turteltauben auf Wolke sieben und teilen nun voller Freude ihre Gefühle mit ihren treuen Fans. Tane findet nun herzliche Worte für ihre geliebte Ehefrau. In ihrem Podcast, Fühlvergnügen, gewähren Tane und Juliette einen intimen Einblick in ihr aufregendes Privatleben. Dort sprechen die Stand-up-Comikerin und die einstige DSDS-Kandidatin offen über ihre wundervolle Beziehung. Tane gibt in der aktuellen Folge besonders Preis, wie sehr sie in ihre Ehefrau verliebt ist, du bist mein größter Fan. Ohne dich kann ich mir ein Leben gar nicht mehr vorstellen. Außerdem plaudert die 31-Jährige aus, dass es ihr so vorkommt, als würden sie sich schon eine Ewigkeit kennen. Dabei sind sie noch gar nicht so lange zusammen. Tane erzählt in der neuesten Podcast-Folge, obwohl wir noch nicht lange gemeinsam durchs Leben gehen, haben wir uns sofort füreinander entschieden.